und fortsetzen nach dieser langen zeit im untergrund ist die luft an der oberfläche unglaublich frisch und berauschend aber das war es nicht was unsere euphorie angefeuert hat unsere reise hat endlich einen sinn bekommen durch einen funkspruch des regierungsbunkers im oral seit 20 jahren haben wir gedacht dass weder die regierung noch das oberkommando des militärs überlebt haben und jetzt stellt sich heraus dass es sie noch gibt wo waren sie während wir uns in der metro gegenseitig bei lebendigem leibe gefressen haben sobald wir jamantau erreichen werden wir ihnen eine menge fragen zu stellen haben sofern wir dort ankommen laut miller sind die ruinen unseres landes unter kontrolle des feindes und wir werden uns zu unserem ziel durch kämpfen müssen ein kleines team gegen eine besatzungs macht wie stehen die chancen dass wir gewinnen dass wir antworten bekommen ja mir hat nio 2 gefällt mir auch besser allein schon auf aufgrund dessen dass ich eben die verschiedene waffen typen habe und die jederzeit wechseln kann und das ist ein bisschen mehr soja du willst ja sich runter rutschen metro ist das schön wasser was kannst du mal nachsehen ja klar ja kein problem du glaubst du raus und stehen saß ja 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 man weiß nie aber schon tot ist geht das war's ich hab nachgesehen hier ist nix während du drin warst habe ich mich mal umgesehen dieser strom ist dort sieht nach einer perfekten scharfschützenstellung aus auf geht's nicht schön wenn ich jetzt als 23 kann ich das jetzt mal jetzt habe ich jetzt habe ich hier den seht ihr das wo sie das wirklich cool das flackert aber gut cool was dann sein kamera wenn wir dann die erfassung bildschirmfoto ich habe sogar 360 grad foto machen hier geil cool gut zu wissen dass das geht ich gehe schon mal vor an ich bin gleich da ich muss noch kurz was trinken das ist kein pausen mit speichern das hat sie auch gehört oder wir drücken die stelle vermutlich benutzen die hier fast nur boote vermutlich ich klettere da hoch während du das boot zur kirche nimmst ich rufe dich wenn ich so weit werden muss das seine kann ich ich hasse boote ich hasse boote die kannst du wirst die um die fort zu bewegen ich hole einen rüsselkiefer wo muss ich hin auf dem kirchturm winkt eine frau mit einem tuch oder so bitte schau mal nach klar mache ich die leute bei der kirche anscheinend keiner bewaffnet wir nähern uns besser offen an nicht zuerst schießen okay komm ich denn da jetzt hin muss ich wieder rumschwimmen eigentlich weiterschwimmen müssen oder was wo soll ich denn hier jetzt muss ich erstmal gucken oh god hier wollte ich eigentlich nicht reinfallen na gut komm ich auch wieder raus oh hi wo soll ich denn da ja komm ich schon viel besser vor hier so okay jetzt kommen wir hier wieder raus okay aber ich schätze ich muss doch wieder ins boot rein ich hatte ein bisschen schiss um ehrlich zu sein weil der ja gerade Viecher kam ich guck mal wieder rumschwimmen kann was elektrizität ist eine sünde klingt nicht so nach meinen besten freunden fuck klar ja ja mach ich soll ich da einfach reinschwimmen ja sieht so aus es gibt natürlich antitechnologie sekten egal alles andere hätte mich auch gewundert oh geil ist schon cool jetzt elektrizität ist eine sünde elektrizität ist eine sünde der herr der herr ist der herr ist voller gnade denn er entsühmt jene die der torheit und versuchung der elektrizität und ihr seid alle 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 sie haben meine freude gefühlt und mein körper satans brut verband sie das wird ihnen eine leere sein vertreibt sie lasst sie büßen grunen hallöchen willkommen zurück schön dass du wieder da bist geduld und toleranz und die auch schönes wochenende akzeptieren wie der herr euch akzeptiert um ihre herzen von der sünde zum himmlischen segen des wahren glauben der ketzer ja ich gebe noch mal zeit zum looten milady ich glaube es kaum ich hatte schon jede hoffnung verloren wir sind auch nicht von hier silanthus hat uns hier vor einem jahr eingesperrt ein jahr ja die brückenbewohner sprechen nicht einmal mit ketzern aber ich werde euch alles sagen was ich hier gesehen habe oh das ist die brückenwache silanthus hat sie ebenso genaht wie die bewohner hier die brückenwache hat allerdings waffen lauf hier geht's lang und am dock liegt ein boot wir haben hier auch ein aber zu steilung oh god sagst du richtenzeige ähm f5 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 äh was ist ein b das ist ein leid ich wünschte ich könnte nach hause zu bekehren hey gegen diesen rosen möchte ich ganz sicher nicht kürzen ich weiß schon überhaupt nicht wo ich hin muss aber ich gehe einfach mal sag mal sag mal merkst du sicher dass es ein kätzer war du der drückende holt ist hier wie sie ich sehe den dreckigen kätzer wir haben ihn auch gemacht brüder wer ist denn den durchgang brüder schießt die lampen ins gesicht scheiße aber was ich will doch muss ich mal verwechseln nein lad doch nein nein ich muss manuell nachladen das ist eine schrott eine schrotze oder das ist auch eine schrotze nehme ich auch gerne ich ergebe mich nur nicht schießen denn steht geschrieben dass wir unseren feinden vergeben müssen wer ist er wo wer sagt er gibt es euch du er gibt es euch ich ergebe mich ich ergebe mich gelogen sei der zahlfisch der die seelen der gläubigen zum himmelstor okay habe ich irgendwas getan was richtig war ich glaube schon ich hoffe ich ergebe mich wo ist er wo ist denn noch der letzte hier der sich ergibt der zarfisch der zarfisch ja der der auch vor allem der hat er durchladen Ah, hier. Oh, der auch nicht. Das ist alles Crafting-Stuff, ein Feig. Ja. Hm. Oder auch nicht? Doch. Okay, hier hätte man sich durchschleichen können. Hä, was? Du hast Köder gefunden. Zeh zum Werfen. Ja. Details. Ich brauche keine Köder. Ich schieße einfach auf alles, was sich bewegt. Oh, warte mal. Das sieht aber fies aus mit den Texturen hier. Ugh. Unhübsch. Wo soll ich denn jetzt unbedingt Köder werfen? Ich sehe da gerade keinen Sinn drin. Hier ist niemand, der irgendwie das Bedürfnis hat, geködert zu werden. Ich weiß noch immer nicht so richtig, wo ich hin soll. Ich dachte, hier wäre ich richtig, aber dann doch nicht. Der Zarfisch. Ich glaube auch. Sieht fast wie ein Mensch aus, obwohl er ein Ketzer ist. Sieht fast wie ein Mensch aus, obwohl er ein Ketzer ist. Ah, hier geht's auch nicht raus. Okay. Cool. Von der anderen Seite irgendwie ran. Oder von oben? Von oben eventuell. Äh, hier. Hier. Auch verschlossen. Okay. Von hier aus, da rüber. Ich war glücklos. Der Fisch hat mich nicht geschätzt. Aber ich lebe. Aber ich will da rein jetzt. Bin ich ja wieder hier. Komm ich denn da rein? Muss es da irgendwie eine Möglichkeit geben. Also hier geht's nochmal höher. Aber von hier komme ich doch auch direkt, oder? Ja. Ich bin genau rausgegangen. Okay. Not so cool. Hm. Sag mal, kann mir mal jemand sagen, was überhaupt meine Aufgabe ist? Was soll ich denn tun? Äh. I? M? L? Nein. T? L, okay. Ich hab keine Ahnung. Das ist so, das ist so. Vielleicht von der Seite. Ich weiß echt nicht. Die meinte doch, da ist ein Boot. Geh da lang. Hm. Dann hab ich das Boot nicht gesehen und jetzt weiß ich nicht, wo ich lang soll. Ich geh jetzt nochmal dahin, wo ich hingehen sollte. Warte mal. Da war, also wo, wo ich rausgegangen bin. Das war doch hier. Das meinte die, glaube ich, ne? Ja. So schnell kann's gehen. Das war doch ganz einfach. Oh. Wo soll ich jetzt hin? Komm ich da weiter? Ne. Okay, okay. Also da weiter hin wieder. Es wäre so viel einfacher, wenn mir jemand sagen würde, wo ich hin muss. Anna hat sich auch sehr un... unklar ausgedrückt. Gibt's sowas wie ein Journal? Alles klar bei dir? Schade, dass du es nicht heimlich und ohne Blutvergießen geschafft hast. Jetzt werden sie uns noch mehr hassen. Na gut. Ach, tja, Katja und Nastja sind jetzt bei mir. Wir sehen uns an Bord der Aurora. Schau auf die Karte. Offenbar kannst du geradewegs dorthin rudern. Das war... Wasser, warum immer Wasser? Ja, da drüben. Was zum... Actual. Wir haben immer Wasser. Ist das der Zarfisch? Hallo. Das ist sicher sehr kalt. Was zum Teufel war das? Ein Wal? Der ist verdammt riesig. Ja. Das ist korrekt. Der Alte hat mich als Wache vorgeschickt und mir gesagt, dass ich nichts unternehmen und unter keinen Umständen in Aktion treten soll. Also saß ich in der ersten Reihe, um dich zu beobachten. Du hast die Besatzungstruppen nicht gerade friedlich mit heiligem Kreuz und Gebet unterworfen. Hahaha. Sie haben mich gezwungen. Von dem Kult berichtet. Wie wäre es, wenn wir Plätze tauschen? Ich würde nur ungern nach Moskau zurückkehren, ohne auch nur einmal geschossen zu haben. Ich wollte doch dort ein Mädchen für mich gewinnen. Da habe ich wohl Pech gehabt. Oh, sieht das gut aus. Warum bekommen alle anderen immer die tollen Einsätze? Der Oberst kritisiert dich und so... Mh, sieht das gut aus. Äh, kann man aber nicht. R war es nicht. Kameramodus war... F? F. R, R und ALDEF1. Nice. Ja, jetzt zeigt er sich einfach ein netter Kult... Ja, oder... Warte mal, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Da werde ich aus Moskau gezerrt und wofür? Und den Ofen zu befeuern und mit einem albernen Fernglas im Matsch zu hocken? Hier haben wir allerdings die Chance, etwas Beute zu finden. Das Flugzeug dort. Lass mir da einfach was liegen. Ich vermute, ich werde länger bleiben müssen. Okay. Cool, danke. Danke fürs Fischen. Das sind mir allerdings Probleme. Ich wünschte, ich könnte diesen Catfish irgendwie dazu überreden, die vielen Wasserwanzen zu fressen. Wie hat Mowgli eigentlich mit den Tieren gesprochen? Apropos Mowgli. Wir haben dieselbe Blutgruppe, du und ich. Ist dir das aufgefallen? Okay, jetzt fängt er wieder an, von vorne zu reden. Also. Denk an dein Journal, drücke M, um die Karte, aktuelle Ziele aufzurufen. Mein Journal habe ich eben noch gesucht, Freundchen. Ah, okay. Okay. Äh, ich muss zurück zur zurückkehren, um nachfragen, ob Katja und irgendwas gesagt haben. Okay. So, Karte. Also ich muss da hin zurück. Aber da ist auch noch was markiert, nämlich ein Fragezeichen. Okay, cool. Also die Schotze ist ja ganz nett so, aber ich glaube, ich hätte irgendwie, mal gucken. Ist halt eine One-Shot-Schotze, ne? Eine One-Shotze quasi. Ähm. Ja, lauter Stuff. Ich hoffe mal, dass ich nachher... Wie öffne ich denn überhaupt den Rucksack? I? Ich mach mal kurz gucken. Moment. Ähm. Optionen. Steuerung, Tastatur. Ach, Mann. Bewegen, Waffen, Inventar. Rucksack, halten. I, ach, I, halten. Immer mit Doppelbelegung habt, ey. Ah, siehste? Guck mal. Einfacher Metallgriff. Mhm. Äh. Rückstoß und ermöglicht ein, äh, bequemes Ziel. Oh, Schan geht noch mal richtig hoch. Aber was geht runter? Magazin. Genauigkeit geht auch hoch. Wait, what? Na, dann nehmen wir doch die hier. Einer Doppellauf. Oh, jetzt hab ich die Doppelläufige. Oh, hallo. Und hier. Da haben wir noch was Neues. Nö. Zerlegen, herstellen. So, hier, was darfst du? Wurfmesser sind das, ne? Wie werfe ich den Wurfmesser? Wie werfe ich den Wurfmesser? Ähm, so. Moment. Oh, das muss ich mir wieder... Oh, Gott. Nein, nicht der Fotomodus. Nicht der Fotomodus, die Option. Ähm, Tastaturwaffen. Ziehen. Nutzen, interagieren, wegstecken. Wie werfe ich denn? Alter. Waffe 3, Waffe 2? Schießen, zielen. Äh. Verschiedenes? Schnell speichern. Ey, ist das... Das ist anstrengend. Sekundärwaffe werfen. Ah, da hat sie. Warte mal. Das machen wir mal hier auf die... Okay. Und wie wechsle ich die Sekundärwaffe? Das hatte ich doch irgendwie auch. Piep. Piep. Er hat gespeichert. Ich mag das nicht. Bir illustrations. Und wieder kommt zu... Alles gut geht.